So Freunde, heute gibt es das nächste 3D-Druck-Shisha-Zubehör-Video. Ich habe das ja schon länger mal angekündigt. Ich habe immer fleißig weiter gedruckt und konstruiert. Da ist einiges bei rumgekommen, das werde ich heute mal zeigen. Ihr seht hier schon alle Teile, die entstanden sind dabei, aber wenn ihr das ursprüngliche 3D-Druck-Video oder die 3D-Druck-Videoserie noch nicht gesehen habt, klickt da oben, schaut euch das zuerst an. Da gibt es auch etwas mehr Hintergründe und so, wie ich das Ganze konstruiere und so. Und wieso das Video hier so lange gedauert hat, ist das letzte Stück ganz links hier. Dazu kommen wir dann später. Das war wirklich sehr, 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 sehr mühsam zu machen, aber ich bin immer noch nicht 100% zufrieden, aber ich hau es jetzt einfach raus. Es funktioniert alles, aber dazu kommen wir gleich. Und ich habe hier vier verschiedene Accessoires-Stücke zum Shisha-Rauchen aus dem 3D-Drucker. Alle Teile wird es auch in meinem Etsy-Shop wieder geben. Man kann da entweder das 3D-Modell herunterladen und sie sich selber drucken oder ich drucke sie, dann wird das natürlich etwas teurer, weil ich extrem lange drucken muss und nicht so viel Zeit habe und schicke die dann zu euch mit Autogrammkarte und Stickern und allem Möglichen. Und auch noch etwas, zwei dieser Stücke hier werden bei der dritten Mitgliedschaft, auf YouTube kann man so Mitglied werden. Bei der dritten Mitgliedschaft Stufe, ich glaube die heißt General, wird es noch eines dieser Stücke hier kostenlos dazu geben, aber dazu kommen wir auch, wenn wir dazu kommen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt hier ganz rechts an. Hier gab es auch sehr, sehr viele Prototypen, aber ich habe die nicht alle gezeigt, weil viele davon schon im Müll gelandet sind. Ich mache euch mal kurz nach oben, damit ihr das Ganze etwas besser sehen könnt. So, also das erste Teil ist dieses kleine, simple, aber extrem nützliche Ding. Es ist eines meiner Favoriten, die ich je gedruckt habe, obwohl es wirklich extrem einfach ist. Das Ganze ist eine Schlauchhalterung für den Tisch. Ich werde euch hier ein paar Shots einblenden, wie das funktioniert, aber eigentlich ganz simpel. Man kann einfach das Mundstück an den Tisch ran klipsen und muss es dann nicht einfach auf den Tisch legen. Es fällt nicht runter, es hält immer. Man verheddert sich nicht im Schlauch und so. Also extrem nützliches, kleines Ding. Das war jetzt nicht so schwierig zum konstruieren, deswegen werde ich euch das kostenlos auf dem Discord zur Verfügung stellen. Der Link ist unten, da werde ich das hochladen, da könnt ihr zugreifen. Achtung, es passt nicht auf alle Mundstücke und Tische vor allem, weil die Größe hier passen muss beim Tisch. Deswegen werde ich hier das Autodesk-Pile, also das CAD-Pile zur Verfügung stellen. Da könnt ihr dann weiter rumbasteln und so, aber an sich ist eigentlich ziemlich simpel. Man klemmt es an den Tisch ran, zieht es mit dieser Schraube hier an und danach kann man dann einfach den Schlauch ran klipsen. Also wirklich etwas extrem simples, aber nützliches Teil hier. Das nächste, was ich gemacht habe, hat einige Prototypen gebraucht. Ich habe hier jetzt nicht mehr alle, einige sind auch schon im Müll gelandet. Es ist ein ganz normaler Funnelstopfen. Ich habe da verschiedene Größen durchprobiert und am Ende bin ich dann mit einer etwas kleineren hier hängen geblieben. Das hier wird dann oben noch minimal breiter werden, aber bei den großen hier hatte ich mehr das Problem, dass es in den Weg kommt, wenn man einen Kopf bauen will. Ich habe hier ein paar Köpfe, vor allem bei Köpfen mit so einem kleinen Pfannenloch, wie zum Beispiel der Hukajun. Dann ist das riesig hier oben und ist einfach im Weg, wenn man den Kopf bauen möchte. Mit dem kleinen hier geht es dann viel einfacher. Man kann einfach rundherum den Kopf bauen. Es macht ihn zu, es passt auf die meisten Köpfe. Ich habe hier einige, zum Beispiel Alpacas A Rook. Hier passt es perfekt rein. Dann einen Werkbund Zeus, auch Oblarko passt das Teil. Auch das hier werde ich euch im Discord zur Verfügung stellen, kostenlos. Auch das CAD-File, dass ihr da mit den Größen etwas rumspielen könnt, wenn ihr da irgendwas verändern wollt. Und das zweite kleine Ding ist dieser kleine Pfannenstopfen hier. Ob man das braucht, ist natürlich Geschmackssache. Ich finde es nice, wenn man das hat, kann man einfach zu Hause drucken mit dem Pfeil. Wie gesagt, auch das im Discord. Link dazu unten in der Beschreibung. Und dann kommen wir zum ersten Teil, was ich extrem feiere, also noch mehr als die anderen. Das ist eine Gabel zum Köpfe bauen mit integriertem Lochstecher hinten. Der hier ist extrem kurz. Da kann man auch verschiedene Drähte reinmachen. Also das ist einfach ein Draht hier hinten drin, den ich dann zuschneiden kann auf gewisse Längen. Und mit einer Zange kann man das dann rausnehmen und verschiedene Längen reinmachen. Und diese Gabel hier wird es für alle Mitglieder der Stufe General kostenlos geben. Das kann ich per Brief versenden. Das ist dann nicht so teuer, auch wenn ich das nach Deutschland sende. Also diese Gabel hier bekommt ihr bei der Mitgliedsstufe General auf meinem Kanal kostenlos zu. Dazu können wir dann einfach auf Discord schreiben und die könnt ihr auch auf Etsy erwerben. Wird wahrscheinlich nicht allzu teuer sein und dann kann man die kaufen. Also ist eigentlich einfach eine Kopfbaugabel, aber ich finde das Design sehr, sehr nice mit den Spiralen, die hier hinten drin sind. Es geht auch echt gut zum Köpfe bauen. Ich habe mich extra für eine flache Gabel hier vorne entschieden, weil ich es mag, den Tabak so flach zu streichen und das funktioniert mit dieser Gabel eigentlich wirklich eins. Also das sind überhaupt keine Probleme zum Bauen. Also wenn ihr die nice findet, könnt ihr gerne auf Etsy vorbeischauen und mich natürlich auch supporten oder mit einer Kanalmitgliedschaft supporten. Das ist diese kleine Gabel hier. Und ja, dann kommen wir zum letzten Teil und das war mit Abstand das Schwierigste. Ich habe hier sehr, sehr viele Prototypen, auch das sind nicht alle. Da waren noch einige mehr mit dabei. Aber am Ende hat es endlich funktioniert. Was das sein soll? Ganz einfach. Ein Schlauchhalter für den PS5-Controller. Ich habe mir extra für das Video hier einen PS5-Controller gekauft, obwohl ich keine PS5 habe. Und das war wirklich extrem schwierig, das zu konstruieren, weil ihr habt es im ersten Video oder in den Shisha-Videos gesehen, ich habe keine Konstruktionshintergründe und so. Und hier muss man halt eine extrem komplexe Form konstruieren, die danach auf den Controller passt von der PlayStation 5 und da auch hält. Ich habe zuerst versucht, einen 3D-Scan zu machen vom Controller. Das hat dann nicht funktioniert. Danach habe ich im Internet ein 3D-Modell gefunden, das aber nicht ganz akkurat war. Also da haben die Masse nicht gestimmt. Und anhand von dem habe ich das dann rundherum modelliert. Und das ist eigentlich ziemlich simpel gemacht. Es gibt ja auch schon Halter, aber nur für die PS4. Und da muss man das immer so zuklipsen. Bei dem hier kann man das einfach aufbiegen und das ist wirklich auch stabil. Also hier kann man gut auseinander ziehen und das hält. Und dann kann man das einfach so über den Controller hauen. Zack. Und das Ganze ist drauf. Und wenn man dann den Schlauch anmachen möchte, kann man einfach hier beim unteren den Schlauch reinmachen und das obere ist genauso gemacht, dass es auf den Anschluss beim Mundstück passt. Also mit diesen zwei Anschlüssen dann ist das zusammen und dann kann man das noch etwas zusammendrücken hier. Und dann hält es das zusammen und dann hält das auf dem Controller. Ihr könnt zocken, Pfeife rauchen. Es geht extrem easy zum Abmachen und wieder drauf machen. Ja, das funktioniert einfach. Wieso ich jetzt so lange gewartet habe mit dem Video? Das Ding ist extrem kompliziert zum Drucken, weil es halt so viele offene Stellen hat. Also ich drucke das so liegend und dann hat es hier zwischendrin immer diese Hohlräume, die man mit Stützstrukturen machen muss. Und dann hat es hier auch viele Unreinheiten. Ich habe das versucht zu beheben. Ich schaffe das leider nicht. Also wenn ihr euch das Ding holen wollt auf Etsy, seid euch bewusst, das wird nicht perfekt. Es funktioniert einwandfrei. Es sollte auch eigentlich auf alle Mundstücke passen. Aber es hat halt ein, zwei Unreinheiten und auch hier könnt ihr euch das 3D-Modell kaufen auf Etsy und das dann selber drucken, wenn ihr selber einen Drucker zu Hause habt. Aber das ist dieses Ding hier und ich bin wirklich extrem zufrieden mit meinen wenigen Konstruktionsfähigkeiten, dass ich so ein Teil hier geschafft habe. Ich hatte diverse Probleme. Hier seht ihr zum Beispiel, hat das Teil hier nicht gehalten, um den Schlauch anzumachen. Das bricht dann einfach ab. Wenn man den Schlauch rauf machen will, hier war es dann zu klein, alles Mögliche. Aber am Ende habe ich es dann geschafft und das Ding passt drauf. Es hält, man kann damit rauchen. Und ja, das Ding ist wirklich mühsam gewesen, um zu machen. Aber ich bin jetzt zufrieden, dass es funktioniert. Also wenn ich hier am Zocken bin, geht das einwandfrei. Es hält, man drückt keine Tasten aus Versehen, weil es hier halt die Ausschnitte hat. Es sollen eigentlich alle Features noch verfügbar sein, die man drücken muss, kann, soll, um damit zu zocken und die Installation geht halt auch easy. Also wenn ihr eine PS5 habt, wenn ihr zu den wenigen Leuten, zu den wenigen glücklichen Leuten gehört, könnt ihr euch gerne das Teil hier auf Etsy holen oder das 3D-File und es dann selber drucken und vielleicht auch etwas besser machen als ich. Wie gesagt, nochmal, es ist nicht perfekt. Es hat ein, zwei Mocken dran, aber die Funktion ist auf jeden Fall gewährleistet. Und ich kann es leider nicht allzu günstig machen, weil ich halt an so einem Ding über acht Stunden drucke und irgendwie neun Euro versandt nach Deutschland bezahle. Deswegen der Preis tut mir leid. Ich würde das sehr, sehr gerne günstiger verkaufen, aber dazu ist auch das 3D-File da, dass wenn ihr die Möglichkeit habt, das selber zu drucken, dass ihr das machen könnt und euch das Teil hier holen könnt. Also nochmal zusammengefasst, was ich alles an Zubehör G3D druckt habe, ist einmal die Tischhalterung hier, einmal den Funnel stopfen. Diese zwei Dinge gibt es kostenlos auf dem Discord-Server. Ihr könnt euch dann auch selber drucken und die Gabel und den PS5-Controller Halter, die ihr auf Etsy als 3D-Modell oder ganzes Ding kaufen könnt. Wie gesagt, ihr unterstützt mich dabei. Ich bin jetzt kein Hersteller oder so. Seht das als eine Art Merch von mir. Es kommt dann auch immer eine Autogrammkarte und ein paar Sticker mit dabei, damit ihr hoffentlich auch etwas davon habt. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem kleinen 3D-Druck-Shisha Update. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Video machen werde zu 3D-Druckzeug. Vielleicht fällt mir nochmal irgendwas Gutes ein. Vielleicht, wenn ihr auch gute Ideen habt, was ich machen könnte, schreibt das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, dann war's das mit dem Video hier. Ich bedanke mich bei allen ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und wir sehen uns schon sehr, sehr bald im nächsten Video wieder. Haut rein, wir sehen uns. Tschüssi!